Ich erwarte es keine neue PB, aber es dürfte witzig werden. Ich wünschte man könnte es irgendwie so einstellen, dass man die ganze Zeit diesen Schwergriff hat. Ich finde den großartig, weil man den gut sehen kann bei Schwerwürfen. Ich bin blind und alt, das ist grausam. Oh wow. Oh. Das ist so scheiße. 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 Quick stop. Gut, das war aber vorher irre schlecht auf Yavin 2. Ach, damit. Ich werde über's vorhin. Ah, das ist okay. Herzlichen Glückwunsch. Danke. 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 Oh, diese Richtung. Come on. No, 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 no. Oh. 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 Okay, das war nicht so gut, aber das war echt geil. Ich überlege wie gut ich da vorher war, da habe ich glaube ich auch Goldfeuer. So, ich muss nicht sein und Canyon kann riskieren. Er ist nicht stabil genug eigentlich. Ach, falls auch ich riskier's. Always fun. Ah, dammit. What? Woah. 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 No. Woah. Woah. Er war nicht perfekt, aber er war stabil genug, um das innen auszugreifen. So, ich kann den Raiders kippen doch immer nicht. Komm, geh hoch. Geh hoch, habe ich gesagt, geh doch. Ach bitte. Oh, schlechter Spawn, schlechter Spawn. Oh. Das war's für heute. wow okay ich weiß nicht so gut aber auch sehr zufrieden was oder so mies Falsche Fähigkeit ausgewählt in ähnlicher Länder Ja, Kababanga wissen wir Was? Nein! 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 Was? Oh fuck, da bin ich okay Das war gut Komm schon, lass mich heute wieder den Super Search hinkriegen Das Setup ist eigentlich nicht schlecht, aber ich muss es halt hinkriegen, das ist mein Problem Ah, ich krieg's natürlich nicht hin Fast immer ist halt nicht immer Und dann geht's halt so After dessa Was ist jetzt mal呢? Nein! مت hecho wist zu? Ach, komm schon. Geht doch. Warum begann denn jemand diesen Schrotthau? Was? Es ist okay. Ich bin mal schlecht. Schöne Läucher. Schöne Läucher. Schöne Läucher. Schöne Läucher. Schöne Läucher. Oh, komm her. Stirb endlich. Geht doch. Vorbauen. Ist das schlecht? Ja. Ja. Ja, ich hab jetzt was getötet. Alles gut. Wirklich? Gold auf Sonju. Wow. Ne. 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 Oh. Ne. Wenn ich schlüssel nicht versorderte, wäre ich ihm gewesen. Ne. 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 Oh, come on. Ja, geh doch. Ja, geh doch. Wenn ich mich noch gelandet, bin ich auch ein Wunder. Scheiß Tür. Nein. Immer noch Tempo für neue PB wieder. Ja, langsam. Wow, das war gut. Oh, komm schon. Das war schlecht. Wow. Ja. Kann ich mitleben. Ist gut. Jetzt kommt es drauf an. Nee, das war zu früh. Ja. Zweiter Versuch. Sehr geil. Und sofort speichern. Jetzt bin ich eigentlich Schutz aktiviert. Gute Frage. Oh, meine Leben. Ja. 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 Nein, 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 nein. Ich wollte die Speed aktivieren. Oh, toll. Das habe ich die ganze Nacht gefressen. Scheiße. Oh, toll. Scheiße. Naja. Na, nein, nein, nein. Scheiße nicht. Nein so ... Ja. Was, wieviel Zeit hab ich denn da gespart jetzt? Echte Zeit letztend? Glaub schon, oder? Ja, 14k. Aber wieder Gold. Wow, ich hab ihn erwischt. Noch rechtzeitig, cool. Sagt der, bis das die Tour läuft, kann man den abschießen. Wenn man ein gutes Aim hat, einigermaßen gehts. Nein! Spike. Nein! Spike. Das war's. Worst Jump Train ever. Alles klar, bis gleich. Wir brauchen jetzt ein 70, glaub ich. Komm schon. Ja. Wow. Nein. Jetzt für die Zeit. Jetzt für die Zeit. Ja. Aber ist nicht so tragisch. Komm schon. Ja. Ja, okay. Ich kann nicht aim in der dritte. Ja. Ja. Okay. Okay. wau komm schon What the fuck? Schöner Clamp. Auch schön. Gute Idee. Wir können die Energie wieder in die Maschine speisen und sie so überlasten. Das ist gut. Ich bin nicht überfordert. Ich hatte ein wenig Ärger, aber ich bleib in der Karte. Ich bin faste. Ich bin jetzt nicht von mir. Ich bin 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 nicht von mir. Peace guys. Ich habe vorhin Zeit verloren, weil ich statt Dingens, das ist vorhin auch passiert, weil ich statt in die Cutscene gehen übersprungen habe. Ich habe viel zu viel gedrückt, egal. Ich habe viel zu viel gedrückt. Oh, zum Glück dich getriggert, Gott sei Dank. Mit deinem Leben wird es knapp, aber es könnte sich ausgehen. Oh, komm. Ach. Oh, komm. Ich hab zu viel Machtverschwendung, scheiße. Oh, komm. 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 Komm schon. Ich habe das dann. Das ist tatsächlich ein schönes Muster, aber ich jetzt auch noch getroffen hätte, das wäre sicher noch geiler gewesen. Beeilung. Noch mal Gold auf Biss? Ja. 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 Oh, fische Waffe. Oh, wirklich. Oh, wirklich. Oh, wirklich. Oh, really. Oh, really? Wo ist er? Oh, das ging schnell. Nein, nicht weiter. Boah. Oh, das war mies. Zu kurz. Nicht rechtzeitig geduckt. Ach, kaum. Jetzt geht's. Boah. Das war sehr odd. Gibt's doch nicht. Geht doch. Schon wieder. Der ist welcher, kostet mir noch Nerven. Ja, das für die Zeit. Oh, wow. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich muss ein bisschen Macht sparen jetzt, weil ich brauche 70 im anderen Raum drüben. Na bitte, geht's doch alles aus. Äh, ja. Oh, wow. Oh, wow. Ja! Und das ohne Speed-Wahnsinn. Oh, wow. Minusens 30 kommen schon. Oh, ich schaff das immer nicht. oh scheiße zu spät fuck wirklich und jetzt wirklich böse gehen würde ich eigentlich nicht was nein wieso häng ich schon wieder fest das ist doch nicht wahr oh viel zu wenig macht, scheiß drauf kann bloß gehen zur Rage, dann ist alles gut natürlich fängt es an zur Rage geht doch auf 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 Zieht ihr wirklich so viel zu hoch oder was tue ich hier dann? Das war mies ach du scheiße Ja ist okay wir wissen das sieht cool aus Den letzten time-verlust das kann ich nochmal gut machen weil ich vorher die Sprünge versaut habe Wenn ich jetzt nochmal den Sprung gut hinkriege, kriege ich hin Ja Wird jetzt nochmal der neue PB 46 56 ok Ja 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 Ja